6. Februar 2019 12.15 Uhr hat seine Arbeit in Fürth aufgenommen. Stefan Leitl Stefan Leitl hat bei Fußballzeitligist SPVGG Greuther Fürth seine Arbeit als neuer Trainer aufgenommen. Der 41-Jährige stand erstmals mit seiner neuen Mannschaft auf dem Übungsplatz. Wenige Zuschauer verfolgten die Einheit von Leitl, der am Dienstagabend als Nachfolger von Damir Buric verpflichtet worden war. Der frühere Ingolstädter Coach soll die Fürther nach zuletzt schwachen Leistungen und schlechten Ergebnissen wieder auf Kurs bringen. Mit 24 Punkten belegt die Spielvereinigung den 12. Tabellenrang und hat einen komfortablen Vorsprung von 8 Zählern auf die Abstiegsplätze. Ich freue mich. Untertitelung des ZDF, 2020